211, wir werden nicht machen. Verstanden. Wir versuchen nach Bord und durch. Gehe nicht vom Bord, bevor Sie nicht gemeldet haben, dass hier schnell wechselnde Kraftfelder im Spiel sind. Das kann entscheidend sein. Oberst, seien Sie vernünftig. Wir müssen raus. Die Erde muss das erfahren. Es kann sich hier um einen extraterrestrischen Anschlag handeln. Machen Sie Lichtspruch an ORD und traffertig. Ach, Sie haben Nerven. Ich durfte. Hier spricht Oberst Willer, an Bord der Tau. Ich rufe ORD und traf. Nach meiner Ansicht ist die Tau in ein Zentrum antikravitioneller Felder geraten. Haben Sie verstanden?